Alle arbeiten, vielleicht, weißt du, ich probiere mal um 7 Uhr morgen, dann sind sie vielleicht da. Ja, wieder geprobiert, wieder geprobiert, nehmen, ich weiß nicht, aber dann, dann habe ich gedacht, na. Hallo, wann kommst du denn gerade heute auf der Insel? Wann kommst du denn auf der Insel? Oh, das ist ja recht abgeschrieben. Ja. Doch, und dann kommst du noch mal Besuch? Ja, und wenn du das machen, dann sind wir den Job von einem. Wann, dann bleiben wir noch mal auf. Ja. Kannst du mit vorne gehen? Ja. 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 Ja, nicht zu schnell. Genau das selber lief von meiner Seite geschehen. Ich habe zwar die Sachen noch nicht ausgepackt. Selber herzlichen Dank, lieber Wolfgang. Den muss ich leider auspacken erst. Über Österreich, Schweiz, Italien, Frankreich, Spanien und dann hier zum Weg nach Holland. Der gute Kollege hat über 4.600 Kilometer gefahren und es war eigentlich mir das wert, dem Kollegen persönlich einen Preis, einen Pokal anzubieten. Und da steht drauf, Go Trabi Go. Wo ist denn der Trabi? Beim Trabi dauert es immer länger. Heo und Siegfried, ihr habt eine wunderbare Leistung vollbracht und ihr könnt selbst auf euch stolz sein. Mit dem Käse hat das leider nicht funktioniert. Aber die Sache habe ich so kurzfristig vor die wirkliche Erfahrung gebracht. Es kann sein, dass da von den einen oder anderen Käsefabrikanten noch was kommt, was da die Größe des Rares betrifft. Dann war die Zeit wirklich kurz. Am Mittwoch war ich noch bei einer holländischen Tageszeitung hier aus der Provinz Limburg. Die haben die Geschichte angenommen, aber seid nicht traurig, die Sache läuft, weil sie wirklich so kurz war. Auf jeden Fall an beide herzlichen Glückwunsch und bitte Applaus für diese Leistung. Augenblick, Augenblick, Trabi, Trabi, go, go, hierher. Das Auto macht zwar nicht sehr schnell fahren, aber immer schneller genug. Dasselbe auch vom Charlie-Tango-Club. Auch zu den gefahrenen Kilometern, wie man sagt. Bei mir könnten wir uns zwar auf dem Flugzeug starten, dann garantieren uns vom Charlie-Tango-Club einen Pokal. Dankeschön für das Kommen. Dankeschön. Applaus Andere Manns wird uns hören. Danke.